Herzlich Willkommen zum Positive Affirmationen Podcast. Schön, dass Du hier bist. Wie können wir unsere innere Stärke finden? Und wenn wir uns gefunden haben, wie können wir sie nutzen, um unser Leben auf ein neues Level zu heben? Wenn wir wieder in unsere Kraft kommen und die Verbundenheit spüren, dann werden wir eine großartige Veränderung wahrnehmen. Wir bekommen einen klaren Fokus und mehr Selbstvertrauen. Aber auch unsere Resilienz gegenüber Stress und Herausforderungen wird merklich steigen. Indem wir uns selbst spüren, werden wir wieder eins. Im Beitrag zu dieser Podcast-Folge habe ich für Dich wertvolle Tipps zusammengestellt, wie Du zu Dir finden und Deine innere Stärke entdecken kannst. Der Artikel wird Dir helfen, Deine Perspektive zu verändern und neue Wege zu finden, um Dich selbst zu unterstützen. Du findest den ganzen Beitrag im Blog auf highenergymind.com. Auch Affirmationen können Dir helfen, wenn Du Dich mit Deiner inneren Kraft verbinden willst. Die neuen Glaubenssätze in dieser Folge fokussieren Deine Energie auf Dein Higher Self, Dein Höheres Selbst. Denn Du hast alles, was Du brauchst, bereits in Dir, um Dein Leben in die Hand zu nehmen und Deine Träume zu verwirklichen. Wenn Dir diese Folge gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn Du den Podcast abonnierst und eine Bewertung schreibst. Und jetzt wünsche ich Dir ganz viel Freude mit den positiven Affirmationen für Deine innere Stärke. Lass uns anfangen. Meine innere Stärke gibt mir die Kraft, meine Träume zu verwirklichen. Ich bin stark, unabhängig und finde meine innere Stärke. Ich vertraue auf meine innere Führung und Weisheit. Meine innere Stärke führt mich zu meinem Höheren Selbst. Ich erkenne, dass meine innere Kraft unendlich ist. Meine innere Stärke gibt mir die Inspiration, um mein volles Potenzial zu erreichen. Ich vertraue darauf, dass meine innere Kraft mich alles überstehen lässt. Ich bin bereit, meine innere Stärke zu entfalten und sie zu nutzen. Meine innere Kraft gibt mir die Zuversicht, die ich brauche, um erfolgreich zu sein. Ich erkenne, dass meine innere Kraft mein Kompass für ein erfülltes Leben ist. Ich fühle mich sicher und selbstbewusst, wenn ich auf meine Intuition vertraue. Ich erkenne, dass meine innere Kraft meine größte Ressource für Glück und Erfüllung ist. Ich fühle mich lebendig und erfüllt, wenn ich mich mit meinem Höheren Selbst verbinde. Meine innere Stärke gibt mir die Kraft, meine Träume zu verwirklichen. Ich bin stark, unabhängig und finde meine innere Stärke. Ich vertraue auf meine innere Führung und Weisheit. Meine innere Stärke führt mich zu meinem Höheren Selbst. Ich erkenne, dass meine innere Kraft unendlich ist. Meine innere Stärke gibt mir die Inspiration, um mein volles Potenzial zu erreichen. Ich vertraue darauf, dass meine innere Kraft mich alles überstehen lässt. Ich bin bereit, meine innere Stärke zu entfalten und sie zu nutzen. Meine innere Kraft gibt mir die Zuversicht, die ich brauche, um erfolgreich zu sein. Ich erkenne, dass meine innere Kraft mein Kompass für ein erfülltes Leben ist. Ich fühle mich sicher und selbstbewusst, wenn ich auf meine Intuition vertraue. Ich erkenne, dass meine innere Kraft meine größte Ressource für Glück und Erfüllung ist. Ich fühle mich lebendig und erfüllt, wenn ich mich mit meinem Höheren Selbst verbinde. Meine innere Stärke gibt mir die Kraft, meine Träume zu verwirklichen. Ich bin stark, unabhängig und finde meine innere Stärke. Ich vertraue auf meine innere Führung und Weisheit. Meine innere Stärke führt mich zu meinem Höheren Selbst. Ich erkenne, dass meine innere Kraft unendlich ist. Meine innere Stärke gibt mir die Inspiration, um mein volles Potenzial zu erreichen. Ich vertraue darauf, dass meine innere Kraft mich alles überstehen lässt. Ich bin bereit, meine innere Stärke zu entfalten und sie zu nutzen. Meine innere Kraft gibt mir die Zuversicht, die ich brauche, um erfolgreich zu sein. Ich erkenne, dass meine innere Kraft mein Kompass für ein erfülltes Leben ist. Ich fühle mich sicher und selbstbewusst, wenn ich auf meine Intuition vertraue. Ich erkenne, dass meine innere Kraft meine größte Ressource für Glück und Erfüllung ist. Ich fühle mich lebendig und erfüllt, wenn ich mich mit meinem Höheren Selbst verbinde. Ich erkenne, dass meine innere Kraft meine größte Ressource für Glück und Erfüllung ist.